Der nächste Test steht an zwischen zwei Bezirksligisten. Der FC Alte Heide DSC München gastiert beim SVN München. Die beiden Teams haben schon einige Testspiele bestritten, dabei aber eher gegen liegentechnisch schlechtere Teams gespielt. Deshalb könnte die heutige Partie eine gute Belastungsprobe abgeben, wo man sich gerade leistungsmäßig befindet. Rein geht es in die Partie bei sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad. Und die DSCler setzen die Abwehr direkt unter Druck. Von der Heide fängt hier den Ball ab, leitet direkt weiter. Flanke in die Mitte, Stacheta, flutscht der Ball durch die Finger und dann muss Karl nur noch einschieben. Die Frühführung in der fünften Minute durch den Mittelfeldmann hatte letzte Woche schon beim Test gegen Liga-Konkurrent Eching genetzt. Es wird ihm hier aber auch sehr leicht gemacht durch den Fehler des SVN-Torwartes. Und was kommt von den Gastgebern? Probieren es mit vielen langen Bällen und Flanken, denn die Gästeabwehr steht sicher. Hier kommt einer mal an, doch Stürmer Memmel kann keinen Druck hinter den Ball bringen. Die Gäste ruhen sich aber auch nicht auf ihrer Führung aus. Karl wird auf die Reise geschickt. Guter Pass in die Mitte, doch Jamme kriegt gerade noch sein Bein dazwischen. Weiter geht es auf das Tor der Gäste und wieder wird es ganz brenzlig. Top-Stürmer Rabe hätte hier gerne die Führung ausgebaut. Die nächste Aktion. Der SVN wird jetzt richtig hinten reingedrückt und kann dem schnellen Kombinationsspiel der DSCler kaum folgen. Mohiby hat genug Zeit für die Flanke und findet den Kopf von Karl. Was für ein starker Kopfball des Deutschen. Setzt sich gut durch im Luftkampf und nickt präzise ein zum 2 zu 0. Nach der Pause ist der Spielverlauf unverändert. Die DSCler weiter auf dem Vormarsch und der SVN läuft hinterher. Schön kombiniert. Rabe sieht von der Heide in der Mitte, doch der senst aus drei Metern über das Tor. Da war es fast schwieriger, den nicht zu machen, als hier auf 3 zu 0 zu erhöhen. Jetzt wagen nun auch die Gastgeber nochmal einen Vorstoß, werden offensiver und trauen sich etwas mehr zu. Das Spiel wird hier breit gemacht und da findet sich im Rückraum Stürmer Valenzano, doch knapp vorbei. Die bisher beste Chance der so harmlosen Hausherren. Der SVN kann sich aber kaum befreien. Wieder Alte Heide auf dem Vormarsch. Lechner zieht hier durch bis zur Grundlinie, findet Rabe, aber der kann den Ball nicht verwerten. Nicht der beste Tag des bulligen Stürmers. Und der DSC will jetzt das dritte Tor. Wieder ist es der schnelle Lechner auf linksaußen. Der legt ab auf Gerzmann, doch zu überhastet ihm rutscht der Ball über den Schlappen. Aber die Gäste sind müde und werden nachlässt. Schlampiger Pass und da muss Horvath Kuisle hin und kann den Stürmer nur noch mit einem Foul stoppen. Eine klare Sache. Nochmal gut hier in der Zeitlupe zu sehen. Und Kosiek übernimmt die Verantwortung und verwandelt trocken. Lässt Kuisle keine Chance. Der 29-jährige Stürmerhühne kam letzten Winter von der BSC Sendling und versucht sich im Stürmerkampf durchzusetzen beim SVN. Das ist dann auch die letzte Szene in diesem Test. Der DSC gewinnt verdient durch einen Doppelpack von Philipp Kahl. Die SVNler sind einfach zu spät aufgewacht und konnten somit die Niederlage nicht mehr verhindern.